Ein herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon Quest 11. Wir sind auf der anderen Seite der oberen Ebene, auf den verfluchten Fluren. So nennt man das hier. Ich weiß nicht warum man es so nennt, keine Ahnung. Frag mich nicht so schwer. Ich habe auf jeden Fall gelevelt. Ja, andere schaffen das mit Level 24, der nervöse Noah zum Beispiel. Nervous Noah hat den Boss mit Level 24 geschafft und ich habe den irgendwie vollkommen verkackt. Ich weiß nicht, was ich daran... Wenn andere mit Level 24 schaffen, dann weiß ich nicht, was ich da falsch gemacht habe. Naja, ich bin auch zu faul, mir den Kampf nochmal anzugucken. Und zwar, gut, ich habe gelevelt. Und zwar seht ihr recht schon, ich bin mit den meisten Level 31. Ich wollte eigentlich nur bis Level 30 leveln, aber dann hat sich ergeben, dass einer erst Level 31 wurde, als Eric Level 32 wurde. Äh, das... Ach, Quatsch. Serena erst spät Level 30 wurde. Das ist das. Genau. Zeigen sie im MacBook. Und das zusammen kamen zufällig immer wieder zwei verschiedene... Immer wieder hier durch Zufall flüssige Metallschleime hier an. Kann ich euch mal zeigen. Ich muss euch mal... Ich muss euch mal... Ich muss euch mal ein bisschen was zeigen, wie ich das gemacht habe. So. Auf... Nee. Info. Liste besiegter Monster. Monster in der Nähe. So. Habt ihr alle gesehen, es gibt hier einen... Schattenschirm. Das ist ganz selten. Das ist so ein Goldener, der macht ein bisschen mehr Damage hier. Ra, steht da ja auch. Materialfamilie. Halt. Gibt zwar nicht so viel... Also es gibt schon tausend Erfahrungen, so. Das ist nur der hier. War ein bisschen Gold, aber davon habe ich zwei besiegt. Und dann gab's die flüssigen Metallschleime. Und da kriegt man halt schon zehntausend Erfahrungen. Und das hat halt natürlich bei allen nochmal deutlich den Schub hochgebracht. Und dementsprechend... Ja. Hat das was gebracht. Da kam's zwar öfter, aber doch wohl nur einer. Besiegt. Naja, das war halt trotzdem ein Level immer. Und ich hab halt nur... Ich hab auch nur maximal eine Stunde gelevelt. Also nicht lange. Und... Ich hab mir gedacht so, hä, besiege ich mal so viele Monster, wie ich eigentlich hier... ...ausgelassen habe. Weil hier ist ja schon ganz schön eine Menge. Und bin ich halt hier am Anfang bis rumgelaufen. Und hab dann sozusagen auch noch eine Mission erfüllt. Ähm... Die Mission... War doch irgendwas... Einen Regenschirm... Machen. Ich weiß nicht... Ach ja, den hab ich auch schon geholt. Offscreen. Aber das war schon länger. Den muss ich noch machen. Ähm... Den Goldkügelchen. So einen goldenen Kaktus. Den Gallepolis, wisst ihr. Den wisst ihr bestimmt noch. Ein Stück rosa Koralle hab ich auch schon fast geschafft. Stimmt. Ja, 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 ja. Ist alles in Arbeit. Fast geschafft und so. Kümmern wir uns noch drum. Keine Sorge, das machen wir. So, ich wollte mal sagen, ich geh jetzt hoch zum Boss und versuch den nochmal. Und schneide euch das Ende des Kampfes rein. Damit es halt... Ja, es ist halt doof, wenn ich den Kampf nochmal komplett zeige. Ich bin Level 31. Habe Magie gelernt wie... Mehr Heilung. Also Miku hat die Mehrheilung gelernt. Das heißt, irgendwas nur um fast 200 mehr zu heilen. Sarena ebenfalls. Dann haben Veronika und Miku noch den Zauberkrach gelernt. Das ist sozusagen wie ein Zauber... So ein ähnlicher Zauber wie Peng. Nur halt, dass er mehr Schaden macht. Und sonstige kleine Zauber. Ich kann mich jetzt nicht an alles erinnern. Ich mag jetzt auch nicht ganz genau nachgucken. Aber gut. Dann sehen wir uns gleich, wenn ich den Boss geschafft habe. Gut, das kann für mich jetzt Stunden dauern. Ich hoffe nicht. Aber wenn andere mit Level 24 geschafft haben, schaffe ich den wohl mit Level 31. Gut, du bist gleich. Wir wollen ja mal da besiegt. Und ja, da habe ich diesmal eine andere Taktik eingesetzt. Und zwar die Taktik, nur auf Schaden zu gehen und gleich von Anfang an mit Serena unsere Gruppe zu buffen. Das heißt, auch Angriffszauber erhöhen, Verteidigung zu erhöhen. Und ja, anscheinend konnte sie keinen von uns abhalten und nicht mehr einen Angriff ausführen. Das hat jetzt keine 5 Minuten gedauert, der Kampf. Warum nicht gleich so? Im letzten Kampf hat die uns alle in ihren Bann gezogen und konnte nicht angreifen. Aber diesmal irgendwie gar nicht. Gut, endlich mal ein leichter Bosskampf nach dem Leveln. 6000 Erfahrung, Alter. Aber gut, ich habe ja jetzt auch gelevelt, ne? Also dementsprechend finde ich es auch mal angenehm, jetzt mal auch mal weiterzukommen. Gott. Und ich habe Serena noch einen zweiten Stab gegeben, denn sie hat einen Skillpunkt gekriegt, womit sie das nehmen kann. Wie ihr habt, wie habt ihr... Ein hässlicher Sieg, aber gehört gut zu. Törechte Menschen. Euer Kampf ist zum Scheitern verurteilt. Ihr werdet niemals meinen Meister besiegen. Meine Muse. Meine Inspirationen. Meinen Hagrimor. Hagrimor? Wenn seine Vision endlich Wirklichkeit geworden ist, wenn seine Welt Gestalt annimmt, werde ich zurückkehren. Warte. Du musst mir über mehr über Hagrimor erzählen. Hm? Ihr werdet schon bald mehr erfahren, Meister. Mögen diese unansehnlichen Seelen verflucht sein und mögest du fortleben bis in alle Ewigkeit. Übrigens sage ich, ich habe auch ein bisschen die Einstellung, die Farbeinstellung ein bisschen für euch runter gedreht. Also höher gedreht, damit es halt auch ein bisschen zu meinem Fernseher passt, denn vom Fernseher ist etwas alles ein bisschen dunkler und irgendwie sieht das halt nicht so gut aus wie ein OBS. Das habe ich ein bisschen angepasst für euch. Ein bisschen mehr Farbe, ein bisschen besser. Ich hoffe, das sieht man. Gut. Hagrimor, endlich kommen wir der Sache näher. Moment, wir wissen, dass er ein altes Königreich zerstört hat, indem er von einem seiner mächtigsten Bewohner Besitzer griff. Könnte es sich bei Wadnu um die Ruine des Reiches handeln? Sie hat gesagt, sie wünschte ihnen ein ewiges Leben. Ist das, was Hagrimor will? Ist das, was hinter all dem steckt? Oh, ein Schlüssel. Der Zauberschlüssel. Tja, wenigstens werden wir jetzt die eine oder andere Tür öffnen können, die uns ansonsten versperrt geblieben wäre. Wer weiß, was wir finden werden. Zauberschlüssel. Jetzt kann er jede Tür öffnen, die mit dessen Symbol markiert ist. Oh yeah! Das war eine nette kleine Bildung für unsere Hühn. Was? Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich werde diesen verwünschten Ort jetzt ganz gerne verlassen. Oh ja. Ich auch. Und ich möchte diese Türen öffnen. Die haben uns das ganze Abenteuer verfolgt. Überall haben wir diese Türen gesehen. Fast in jedem Dorf. Und die möchte ich auch ganz gerne öffnen. Vielleicht sogar diesen Part. Mal sehen. Wenn wir dazu kommen dürfen. Man muss ja auch ein bisschen gucken, ob man es darf. Kann. Oh, die sind auch wieder da. Schön. So, so. Dann haben wir wohl wieder einmal die Lage gerettet. Bitte. Was geht da vor sich? Es kommen so viele Leute aus der Ruin. Was um Himmels Willen? So sieht das Bild auch gleich viel schöner aus, oder? Ihr habt erst mal mit das Wandbild angestellt. Wo ist das? Sagt es mir. Off. 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 Wir sind frei. Wir sind wieder in der Eschwest. Und das ist Hano. Blatt plus Vektor plus Gemälde. Hehe. Echt Welt? Wofür redet ihr denn bitte? Naja. Ihr seid reingezogen. Nein, ihr lügt. Das Wandbild hat all diese schrecklichen Dinge getan. Wenn das wahr ist, dann stehen wir tief in eurer Schuld, Freunde. Kommt. Ihr müsst heute wieder an unser Heerberg übernachten. Kostenlos natürlich. Ja, klar. Ich konnte auch nicht rausgehen während des Leveln und mir neue Waffen kaufen. Denn ich kann mir so erklären, dass ich bald jetzt im Bosskampf verkackt habe, dass ich nicht gelevelt habe oder auch nicht bestens ausgerüstet war mit den neuesten Waffen. Denn die habe ich ja gar nicht gekauft gehabt. Ich hätte Geld fahren müssen, um die Waffen zu kaufen. Das habe ich ja nicht getan. Konnte ich nicht. War ja eine Aufnahme. Man möchte ja einem Zuschauer nicht langweilen. Nicht langweilen. Danke. Jetzt müssen wir aber einiges an Geld angesammelt haben. Das ist auf der anderen Seite, ne? So. Äh, nee. Unten. Unten, unten. Ich vergaß, dass da ja eine Heerberg, die in der ersten Tage ist, ne? Hier kann man ja nur seine Sachen, kleine Kleinigkeiten kaufen. Oder kann man überhaupt was kaufen? Ne. Der steht auch nur so da, so rum und denkt, sie ist meine Waren einfach nur zur Dekoration. Oh, ihr verlasst uns schon? Oh, ich mag diese Musik hier, ne? Ich muss euch danken, bevor ihr geht. Immerhin habt ihr unser Dorf gerettet und mich obendrein auch auf jede Menge tolle Geschäftsideen gebracht. Echt? Lebt wohl. Heimat des glückbringenden Wandbilds. Ab jetzt ist dies das Dorf mit dem Wandbild, das Menschen am Stück verschlingt. Hahaha. Touristen lieben Kruselgeschichten. Jetzt muss ich aber gehen. Die neueste Charge Wandbildkopien will verkauft werden. Ha. Hehehe, die wissen ja auf jeden Fall, wie man selbst auf einen Rückschlag noch gewinnt ziehen kann. Was? Wir sollten auch unser Bestes geben. Wie ist das Thema nicht los und finden heraus, was man mit diesem Zauberschlüssel alles aussperren kann? Ich bin mir sicher, dass ich eine Tür mit dem gleiche Bulli auf den Schlüssel im Kriegerwerk sehe, aber zwar in der Nähe von königlichen Campen. Aber es sollten nicht allzu viel Zeit mit Schatzungen verdröbeln. Was, Junge? Harimo muss unsere Hauptsorge bleiben. Ich bin überzeugt hat denn je, dass er hinter Königkant Karno und Sinneswandel steckt. Was ist los, Süße? Hm? Bodo hat recht. Ein bisschen los. Ich weiß nicht, wie Haki muss schaffen, dass er sich ewiges Leben zu sägern hat. Aber eigentlich weiß ich, wir werden ihn aufhalten. Ja. Wir können jetzt die Türen öffnen. Allerdings will ich das nicht. Ich möchte jetzt nach Ausrüstung gucken. Habe ich die? Habe ich die? Ich weiß, wenn man nicht mal sehen, ob ich die wirklich gekauft habe. Brandklinge habe ich ja ausgerüstet. Das weiß ich noch. Der Behinder möchte ich nicht. Ah. Ich habe ja nur 13.000. Ähm. Was ist denn mit Ausrüstung? Schengbang. Silber Küras. Äh, kauf den einmal. Ja. Komm mal mal schnuppeln. Nicht schnuppeln. Weg. Das kommt weg. Und gleich ausrüsten. Nee. Wir gehen jetzt weiter. Wir machen in diesem Part ein bisschen Türenöffnung. Türenöffnung. Also. Äh. Das müssen wir hier einmal rum irgendwie. Hier war ja oben auch eine Tür. Soweit ich das auf der Karte sehen kann. Irgendwo war hier eine Tür. Türenöffnung. Freut euch. Ein paar das Türenöffnung. Ich hoffe, dass es diese Türen. Ja, Mann. Ah, da. Was kriegen wir denn? Hallo, Geisty. Schöne Sachen aus Silber. Silber Tiara, Silber Küras, Silberpanzer. Ja, gut, dass wir gerade eingekauft haben, ne? Hätte ich das vorher gewusst. Gut. Teleportation nach. Zum ersten Punkt, wo wir hin können, noch Unzen. Wobei. Wir gehen aber nach zu das Rackküste. Denn ich bin der Meinung, ich habe da doch. Wir haben doch dann diese, diese Dings da. Wo wir raus teleportiert sind. Ne, ihr wisst schon, was ich meine. Ihr wisst schon, was ich meine. Wo wir durch konnten. War da nicht so eine versteckte rote Tür? Hier in der Marke Pferdi, wo bist du? Ich brauche Dingens. Schöne Gegend hier, finde ich auch. Findet ihr nicht auch? Ich mag das satte, das satte Grün. Das schwarze Bild. Mann, hast du lange gebraucht. So, wir müssen einmal hier lang, an den Knobolden vorbei. Tut mir leid. Tut mir echt leid für euch. Ha! Dann müssen wir auch schon absteigen. Ohne Schwarzbild. Danke. So, wir sind ja hier. In dem Part, wo wir hier waren, haben wir nicht geguckt, wie es hier weitergeht. Ich denke mal. Ne, da ist keine verschlossene Tür. Wird zumindest nicht auf Karte angezeigt. Aber wir gehen trotzdem mal gucken. Warte, hier war doch eine verschlossene Tür. Oder täusche ich mich da gerade krass? Ah, ich weiß es nicht. Ne, die Tür hat mir anders geöffnet, ne? Da ist schon wieder so ein Geist, der läuft da rum. Was es mit dem wohl noch später auf sich haben wird, ich weiß es auch nicht. Ne, hier hat er ja nur so ein Glitzer-Dings, ne? Oder eine Schatztruhe, ne? Ne, nur Glitzer-Dings. Ein grünes Kleiner-Utan. Teleportieren wir uns doch mal anders hin. Und zwar nach Onsen. Also in diesem Part klappern wir ja ein bisschen die Türen ab. Das heißt, dieser Part kann ein bisschen länger dauern. Macht aber auch nichts, oder? So, hier sehe ich keine verschlossene... Tür-Symbol. Gut. Gehen wir mal raus. Dann gucken wir mal nach, ob wir draußen einziehen. Oh man, der Part wird ein bisschen länger und ich muss die Ladezeiten... Darf nicht vergessen, die Ladezeiten raus zu cutten, ne? Ist das nicht super? Aber die gehen ja doch ein bisschen zu lang. Gut, die gingen jetzt hier gerade. Ähm. Hier rechts. Ganz rechts ist eine. Erinnert ihr euch noch, wo wir hier waren? Ich fass gar nicht mehr. Das kommt für mich wie eine Ewigkeit vor. Ähm. Hoffentlich lassen die da vorbei. Sind schwach eigentlich. Was ich ein bisschen schade finde. Ich hätte gerne ein paar... Wenn man zurückkehrt zu alten Gebieten, dass manchmal manche Gegner auch wieder stärker sind, ne? Aber gut, es muss jetzt nicht sein, ne? Man will auch ein bisschen... Das Gefühl haben, dass das Leveln auch ein bisschen was gebracht hat. So, wir sind hier schon mal im Camp. Ich glaub, man kann auch zu den Camps teleportieren. Aber wenn man schon hier ist in der Nähe, ne? Kann man ja auch zu Fuß gehen. Ist ja nun auch kein Akt. Hup, aber das nehme ich gerne noch mit. Das war ein Klumpen Eisenerz. Noch ein Eisenerz und ein Kupfererz. Na, sieh mal an. Das sind Sachen, die man auch wieder verkaufen kann, wenn man die schmiedet. So, die nächste Tür. Ein Dämon-Töter. So, jetzt geht's an der Kale-Pullis. So, Kale-Pullis. Da war doch rechts oder links eine doppelseitige Tür, soweit ich mich erinnere, ne? Keine Ahnung, man kann... Ich weiß echt nicht mehr, deswegen. Ja, ja, war doch doppelseitig. So, was bekommen wir? Oh, sogar drei Thun. Oh, und Kisten. Ist ja fast wie eine Schatzkammer. Ein Talentsam. Ein Anleiter für Zauberer. Hokus-Pokus-Stab. Hokus-Hut. Anti-Edge-Kustom. Oder was war das? Genau, wir haben sie schnell weggeklickt. Tut mir leid. 2000 Goldmützen. Und ein paar Grübel. Einen schönen Sporn. Und... Eine Mini-Medaille, super. Ich hätte hier auch eine reingetan. Wenn ich Entwickler wäre, hätte ich hier auch eine reingetan. Gut, ich weiß jetzt nicht, ob Palast des Sultas auch noch eine Tür war. Wir gehen mal schnell reingucken. Ich hoffe nicht, dass ich mich vergesse, aber es wird natürlich passieren, dass ich mich vergesse. Ne, hier sind keine mehr. So, dann... Einmal zum Lagerplatz. Von Gallopolis. Der ist davor, ihr wisst schon. Und mal gucken, ob in der Wüste noch welche... ...zu öffnen sind. So, was sagt die Karte? Die Karte sagt... Ne. Hier ist keiner. Tatsächlich nicht. Gut, ich kann mich jetzt auch nicht erinnern, dass ich da hier eine gesehen hatte. Hm, hm, hm. Ist in der Lagune von Gondolia 1 gewesen. Schauen wir mal. Vor Gondolia ist keine rote Tür. Kostet der Teleporter jetzt aber nichts. Wir gehen jetzt mal nach Gondolia. Und danach gehen wir nochmal an die Krotte. Gucken wir mal, ob wir da noch eine Tür haben. So, Gond... Ach, wir müssen jetzt auch... Oh ja, ist doch okay. Wieso? Hm, hm. Nein, ich stelle keine Fragen. Es tut mir leid. Wisst ihr, was ich gerne gesehen habe? Wie... Oder... Das ist sogar eine rote Tür. Sogar zwei verschlossene Türen sind hier. Links und rechts. Ähm, wisst ihr, was ich gerne gesehen habe? Hätte... Nicht die kleinen... Nicht die kleinen Frame-Anbrüche hier. Sondern, ähm... Wie ich das hier... Wo wir hier waren. Den kleinen Jungen, wie sie... Wie Serena ihn geheilt hätte. Ne, das ist... Okay. Ja, okay. Ist okay. Wisst ihr... Könnt ihr euch noch dran erinnern? Erinnert euch noch dran, ne? Man hat ja kaum was gesehen. Das war ja einfach nur fett irgendwie, ne? Plötzlich. Na ja, guck mal, was da hier drin ist. Ne Truhe und... Holz. Fässer. Und Vasen. Und Minimedaille und... So, Magiesamen und... Steine des Überlebens. So, ich bin mal gespannt. Himmlische Handwerkskunst. Seraphenstab. Paar Engelssandalen. Das war's. Ja. Teleportation. So, wir wollen nach Grotta. Guck mal, ob in der Grotte welche drin sind. Na, klatsch mir gegen die Decke. Ne. Den alten Schwerenquest-Teilen kann, konnte man nicht in Gebäuden teleportieren. Oder in Dingeln. So vermisse ich ein bisschen. Ich weiß, es ist halt so ein Nerv von Entwicklern gewollt, dass man das nicht... Dass man das jederzeit machen kann, weil es halt auch... Ist halt auch unangenehm. Du bist in die Höhle und willst raus und willst dich sofort zur Stadt teleportieren und kannst nicht, weil du gegen die Decke klatscht. Nee, hier sind so ein perverse alte Opas, wie man da hinten im Hintergrund sieht. Die tanzen ein bisschen rumbesoffen. Ähm, nach Kriegerwelt sollen wir eigentlich als nächstes Nelles, es soll noch eine rote Tür sein. Aber wir gehen erstmal nach Zwistambul. Ja, nach Zwistambul. Da sollen wir ja bei Kriegerwelt... Soll wir die Tür als letztes öffnen, soweit ich das eben gehört, rausgelesen habe. Deswegen gehen wir erstmal zu Zwistambul. Zumindest ist das unser Ziel, die Tür da zu öffnen, weil es hat Bodo ja gesagt. Nicht, dass wir eine Cutscene öffnen und dann plötzlich wird gesagt so, ey. Hier ist ein Boss und dann stehen wir hier mit bei Minute 30 vor einem Megaboss. Guck, man weiß ja nie, ne? Das weiß man ja nie. Türen. Also in der Ebene nicht, ne? Die Stadt hat... Kann man nicht mehr auf der Ebene wechseln? Okay, der obersten Ebene keine. Eine Ebene da unter. Nö. Noch eine Ebene unter. Nö. Okay, hier in Zwistambul war keine. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass es in der Höhle eine war. Hm. Gehen wir nach Eschenburg. Zu den allerersten roten Türen kommen wir ja leider nicht. Ihr erinnert euch? In die Heimatstadt, wo wir angefangen haben, das Spiel, da war ja auch eine rote Tür. Und in Heliodor war, glaube ich, auch eine rote Tür, soweit ich mich erinnere. Und da kommen wir halt nicht mehr hin. Zumindest zur Zeit nicht. So, hier ist aber noch eine rote Tür. Hier rechts. Und guck mal, hier geht's schneller mit, 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 mit unserem Ferdinand. So. Und absteigen, bitte. Wir brauchen, wir müssen jemanden haben, der die Tür öffnen kann. So. Drei Mini-Medaillen sogar. Okay. Ähm. War in Puerto Valor eine... rote Tür? Wir schauen mal. Tatsächlich, ja. Wir haben da eine rote Tür unten. Ein rotes Schloss. Sieht man auf der Karte abgebildet. Zumindest etwas rötlicher. Ja, komm, lad die Stadt doch. Danke. Ja, ich spiele auch nicht auf der PS4 Pro. Ich spiele auf der normalen PS4. Deswegen kann es sein, dass... Ich weiß nicht, ob man bei der Pro nicht hat, aber bei der normalen PS4 hat man halt noch so einen kleinen Dadessequenz, wenn man in die Stadt rein rennt. Ein Falkenohrring. Oh. Mehr ist hier auch nicht. Gut. Dann zur nächsten... Und zwar... War hier beim Lagerplatz eine? Das weiß ich gerade nicht. War hier eine rote Tür. Bin hier an der roten Tür da vorbeigelaufen. Ich weiß, wir müssen nochmal später in die Stadt, um die Zeitkirche abzugeben, aber das können wir immer noch später machen. Machen wir auch später. Braucht ihr euch keine Gedanken drum machen. Ähm... Nee. Aber... Aber... In... Bei den Sandinseln... Ich weiß, dass ich diese Inseln zwischen den Dingern da noch... Wo wir hier waren. Und wenn keine Insel war, nämlich auch eine rote Tür. Zumindest habe ich eine gesehen. Wir reisen aber erstmal zu da... Dahin, wo wir hin können. Ohne... Mit dem Schiff fahren zu müssen. Weil da habe ich jetzt wirklich gerade keinen Nerv drauf. Ähm... Sandinseln? Nein. War mir klar. War mir klar. War mir klar. Das... War mir einfach klar. Lamentier. Aber man sieht, wenn man sich... Wenn man nochmal durch die Welt reist, ne? Sieht man nochmal, wie schöne... Was für schöne Locations... Das Spiel hat. So. Haben wir hier eine fischlossene rote Tür. Ja, haben wir sogar. Oh, warum ist das so weit? Aber gut, dann können wir nochmal durch dieses schöne... Fischerdorf... Durchlaufen. Ach ja. Guck mal, da ist genau das meine ich. Da ist genau das meine ich. Wenn ich jetzt lang so durchgekommen wäre, wäre das nicht... Wäre das nicht so schlimm. Oder so. Ähm... Hier mal rechts. Ich kenne die ganze Dorfwerfer ja nicht auswendig. Vom Aufbau her. Nur ganz grob. Nur ganz grob. Wobei ich hier einmal durchgerannt bin. Also einmal... Also dieses Ort länger auf diesem... In diesem Ort habe ich einen Part länger verweilt. Aber das habt ihr nicht gesehen, denn ich habe rausgekattet. Das war fast eine über eine halbe Stunde. Weil ich gesucht habe. So, haben wir geöffnet. Und da drin ist nur eine Ratte, oder was? Ne. Ich fasse es nicht. Das ist ein Fässer. Und eine Minimedaille. Schön. Und ein Lebenssamm. Was haben wir in der Truhe? Ein Zombie-Panzer. Also ist das verwestes Fleisch, was wir auf unsere Brust legen. Super. War beim stillen Strand noch eine rote Tür? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, da war nur eine normale verschlossene Tür. Ähm, kann man... Kartmenü... Gebiet in Nähe. Nee. Ähm, Reläportation. Aufnacht Nautica, der Stadt unter Wasser. Das ist die Stadtmüll von den Meerjungfrauen. Frag mich ja, ob wir irgendwann mal lernen, mit diesem Fisch zu reden, mit dem Hai zu reden. Weil... Ein Hai verkauft Ausrüstungsgegenstände, aber nicht an Leuten, die nicht seine Sprache sprechen. Ich meine, wir verstehen uns nicht. Ach ja. Schöne Gegend. Und hier ist... Keine... Rote... Schade. Schade, schade. Keine rote Tür. Hm, Mandala. Mandala, Mandala. Ach, da waren wir eben. Camp Salvage gehen wir sowieso als nächstes durch. Dann gehen wir jetzt erstmal zu... ...Gondolia Meer. Und gehen nochmal die Inseln... ...absuchen. Da war nämlich zwei Inseln, oder eine in der Nähe. Da war eine rote Kiste, eine rote Tür. Und dann war da noch... ...auf dem Weg, ja, von Mandala zu... ...von der Insel... ...zu Mandala. War ja auch noch eine rote Tür. So, war hier... ...war hier schon eine rote Tür? Ich weiß es nicht. Ja, hier war eine Tür. Hier haben wir jetzt erstmal... ...das Silvan, aber richtig mächtig... ...auf die Fresse gekriegt. Erinnert ihr euch noch? Da hab ich mir auch gedacht... ...so, jojojojojojui. Hier war die Gegner hier ein bisschen stärker werden. Denn wie man sieht... ...die trifft man eigentlich erst später. Ne, doch nicht. Na, keine Ahnung. Wir haben auf jeden Fall mächtig Damage gemacht. So. Wir kriegen eine Schleimkrone. Gut. Ähm. Wir gehen nochmal zur... ...zu den Sandinseln... ...und von da außen mal nach... ...Nord oder Süden. ...nach Süden erstmal, zu der großen... ...und ein Schiff. Genau, zu der da hinten. Im Süden. Hoffentlich kommt keine Monster. So, fix wie nix von A nach X. Ja, ne, der war nur... ...ist nur eine Silberne... ...auf der... ...auf der Insel hier unten im Süden. Südosten ist nur eine Silberne. Schade. Schade, schade, schade. Gut, dann... ...auf nochmal zu den... ...inseln, von da außen, zu nördlichen Inseln. So, Insula... ...Occidentalis. Tatsächlich, das ist auch nicht... ...aber auch eine Silberne. Hier habe ich ja mal trainiert gehabt. Eine Zeit lang. Nach dem Kraken oder so. So, was haben wir denn? ...eine Falkenklinge. Schön. Schön, schön, schön. Dann auch zum Schiff und zu der nächsten Insel. Denn die ist ein bisschen nördlich von hier. Aber nur ein bisschen. So, Fred. Schickt mich hier weg zum Schiff. Fragt ihr euch genau so wie ich mal, wie Fred unter der Maske aussieht? Habt ihr denn mal eine Idee? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Ich bin da echt mega gespannt, wie der ohne Maske aussieht. Mega. So, da haben wir aber nicht mehr viel. Denn wie man sieht, ist ja auf der Karte auch kein Schloss. Auf dem Map. Und ja, dann bleibt uns nichts übrig, als doch dahin zu gehen, wo wir eigentlich hin sollen. Wo uns zum Kriegerwelt... Kriegerwelt... Bei der Herperge in der Nähe war, wurde uns gesagt, da sind natürlich auch welche. Die Trüge von Bodo, der hat am Anfang noch fast am Anfang des Parts ja noch gesagt, hey, da ist eine... ...rote Tür, die können wir jetzt öffnen. Öffne die mal. Und die öffne ich doch mal für ihn. Nicht wahr? So, dann erst mal umdrehen, bitte. Ich möchte hier an Bord gehen. Ja. So. Wo war hier denn, bitteschön? Geh bitte in die Nähe, mal gucken. Die Ruinen? Ich war doch keine, war hier, war doch keine rote Tür. Was labert er? Ne, in Zistambul waren wir ja. Gebet in die Nähe. Ich guck grad mal ganz genau hin. Niklas, ich doof bin und übersehe. In Eschenburg. Ne. Ein Umland. Wir gehen mal hier kurz gucken. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Wie, 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 wie auch so. Ähm. Wir gehen mal zur Herberge. Ja. Hm. Keine Ahnung, was Bodo meint hier mit. Hier ist eine Tür. Bin ich doof und sieht man das Icon nicht, weil da so viele Icons nebeneinander sind. Was, 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 was wolltest du auf ne Mission? Ja, ja, ist okay, ist okay, 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 ja, ja, eigentlich hier komisch, komischen Korbkräfte gegen, gegen die Gerippen da. Nee. Dann weiß ich hier auch nicht, so. Wenn ihr... Ach, warte mal. Hier mag ich mich nicht verabschieden von euch. Das ist doof. Wir gehen dafür nochmal nach Mandala. Zu der Stadt, wo wir das Gemälde getötet haben. Ausgelöscht haben. So. Und von hierher möchte ich mich auch verabschieden, denn im nächsten Part geht es dann... Sam Savage nach oben. Zur Akademie, den Medaillen und womöglich auch zu der Horrorhorst. Da geht es mal hin. Von unten kommen wir ja, glaube ich. Nee, von, 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 von der Anlegung, ne? Gehen wir mal nach Süden. Wollen wir erstmal nach... Wir können nach Süden, können wir da lang. Und wir können nach oben. Zur Akademie, den Medaillen und der Horrorhorst. Bin gespannt, wo uns die Reise im nächsten Part hin verschlägt. So, nachdem, diesen Part, muss ich diesen Part hier cutten. Äh. Ein bisschen Schneidarbeit ist jetzt hier von nöten, weil wir durch die Reise ein bisschen langweilig, sonst, deswegen kommt da ein bisschen was raus. Wie schon gesagt. Aber gut. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal bei Trockenfest 11. Streiter des Schicksals. Haut rein und tschüss. 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 SIECHS